Fragen Spotlight Edition Welche Rolle hat den besten Style? Welche Rolle kann sich nie entscheiden? Wer würde am ehesten von der BSA fliegen? Wer würde sich privat mit dem Direx treffen? Welche Rolle ist ein Herzensbrecher? Wer würde alles für die Karriere tun? Und wer liebt die BSA am meisten?